Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Dunglern, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Hörer von 1Live und die Zuschauer von 1Festival. Und das wieder erfahren sehen wird circa 10 Minuten später dann auch zu uns kommen. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Für meine Schönheit tue ich alles. Ich möchte gerne sprechen unter anderem mit Leuten, die sich vielleicht schon einmal oder sogar mehrmals operieren haben lassen wegen der Schönheit. Und die hungern, weil sie glauben, dass sie dann schöner sind. Mit Leuten, die sportsüchtig sind oder kosmetiksüchtig oder modesüchtig sogar. Oder auch gerne mit Leuten, die aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls eine Entstellung haben und sich deshalb verschönern lassen möchten und da das ein oder andere tun. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian.at.wdr.de Der erste Anrufer heute Nacht bei mir ist der Björn und Björn ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Björn. Ja, für meine Schönheit tue ich alles. Sagst du das auch? Ja, das stimmt auf mich voll und ganz zu, weil ich benutze jetzt circa ein Jahr Anabolika. Oh. Und weil ich mir halt auch der Gefahr bewusst bin. Wir wollen mal einfach kurz zwischendurch erklären, was sind Anabolika? Was ist das? Das sind so Aufbaumittel, die halt den Körper aufbauende Muskelmasse geben, halt vom Volumen her eher weniger Kraft. Das heißt, da kriegt man dicke Muckis, ohne viel trainieren zu müssen. Genau. Aber ich bin trotzdem jeden Tag nach der Arbeit, trotzdem noch so circa vier Stunden im Fitnessstudio außer Sonntag. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag nach der Arbeit vier Stunden im Fitnessstudio? Ja. Außer Sonntags? Ja. Das heißt, eigentlich müsstest du schon einen gut trainierten Körper haben. Na, den habe ich auf jeden Fall. Aber das ist dir nicht genug? Genau. Du willst noch mehr? Genau. Und was jetzt so noch Steigerung bei mir wäre, weil das mit dem Anabolika ja auch ziemlich gefährlich ist, halt am Überlegen einen Kredit aufzunehmen. Bist du irrsinnig? Bist du wahnsinnig? Was kostet das? Um halt noch eine OP machen zu lassen, wenn das funktioniert. Wie? Achso, nicht den Kredit für die Anabolika ausgeben, sondern eine OP machen zu lassen. Was für eine OP? Halt, wenn das funktioniert, irgendwie so Muskelimplantate. Habe ich noch nie gehört. Deswegen sagte ich ja, da bin ich ja am Überlegen, habe bis jetzt auch noch keine Infos darüber eingeholt. Ja. Ja, und das wollte ich dann jetzt auch demnächst machen. Ja. Und wenn das funktioniert, was das denn halt auch kostet. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es das gibt. Mittlerweile gibt es in dem Schönheitschirurgischen Bereich den allen möglichen Unsinn, sage ich jetzt auch mal. Darüber bin ich nicht informiert. Lass uns mal über die Anabolika sprechen. Wie viel pfeifst du dir da jeden Tag rein? Also, das ist eine Spritze alle zwei Tage. Muss man das spritzen oder einnehmen? Kann man halt flüssig als Injektion oder auch als Medikament nehmen, also Tablettenform. Ja. Und du spritzt dir das selbst? Ja. Woher kannst du das? Dadurch, dass ich halt eine Krankenschwester als Freundin hatte, die hatte mir das gezeigt gehabt. Aber die hast du nicht mehr, die Freundin? Nee. Wie lange, sag nochmal, wie lange nimmst du denn jetzt dieses Zeug? Ja, circa ein Jahr. Achso, doch schon ein Jahr. Ja. Und da war die Freundin noch da? Ja. Könnte sein, dass die Freundin weg ist, weil deine Hoden geschrumpft sind? Denn das ist ein üblicher Nebeneffekt von Anabolika. Nee, das hätte sie auch gesagt gehabt. Da hat mich auch darauf hingewiesen und dass ihr das eigentlich egal ist. Ja. Bloß, es ist hier zu extrem geworden mit meinem Wahn in der Hinsicht. Ja, siehst du das denn für dich auch so, dass das ein Wahn ist? Teilt schon, aber ich finde, auf eine Art ist das ein schöner Wahn. Ein schöner Wahn, mit dem du deine Gesundheit gefährdest? Na, ja. Das ist ja ganz eindeutig so. Das ist ja bewiesen, dass diese Mittel sich gesundheitsschädlich auswirken. Ja. Und deswegen habe ich ja halt vor, mich wegen so einer OP halt vorzuinformieren. Achso, dann würdest du dich lieber operieren lassen, als denn Anabolika nehmen. Genau. Dann würde ich mich halt so operieren lassen, dass ich so aussehe, wie ich möchte. Wie möchtest du denn aussehen? So, ungefähr dieses Format Arnold Schwarzenegger in seinen besten Formen. Nicht heute, sondern in seinen besten Jahren. Genau. Warum willst du so aussehen? Weil ich früher halt vorgeschichtet, halt viel ausgelacht worden bin, weil ich ziemlich schmächtig war und so. Achso, jetzt würdest du es allen mal zeigen. Dass ich ja auch anders aussehen kann, ja. Sag mal, dieses Zeug, diese Anabolika, wo kriegst du das? Auf dem Schwarzmarkt. Also ist mir im Fitnessstudio, weil ich vorher schon eine Ohne trainiert hatte, ist mir das dann von jemandem angeboten worden. Das heißt, du weißt gar nicht ganz genau, was da drin ist, was du da kaufst. Das ist wie bei Drogen. Da weiß man auch nicht, was drin ist. So, dass da Steroide drin sind. Aber das weißt du gar nicht genau. Das kann in irgendwelchen Giftküchen zusammengebraut sein und du kaufst es. Ja. Was kostet denn da so eine Tagesdosis? Also das ist immer eine Sechs-Wochen-Kur. Und da bezahle ich 80 Euro für. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin Verzinker. Was bist du? Verzinker. Verzinker. Achso, hatte ich gerade nicht verstanden. Verstehe. Mensch Björn, also ich kann ja verstehen, dass du da irgendwie deinen Frust früher eingesteckt hast, wenn du viel gehänselt worden bist. Aber jetzt schlägst du aber weit über die Stränge. Ich könnte schwören, wenn ich dich angucke, wenn ich dich jetzt sehen würde. Nur gut, du hast ja schon ein Jahr das Zeug genommen. Aber auch vorher, wenn du vier Stunden jeden Tag trainierst. Ich war selbst viele Jahre im Fitnessstudio, ich weiß, was das bedeutet. Das sieht man verdammt gut aus, wenn man jeden Tag vier Stunden trainiert. Das reicht, das würde eigentlich reichen. Das hat mir wohl zu lange gedauert. Deswegen hatte ich das dann ausprobiert gehabt, das eine Mal. Ja, ja, ich verstehe schon. Weißt du, ich habe die Jungs gesehen, die das Zeug genommen haben. Die sehen auf Dauer gesehen, sehen die schlechter und schlimmer aus als vorher. Viele haben große Hautprobleme. Bei vielen schlägt es sich wirklich auf die Genitalien. Die sehen auch nicht mehr so doll aus und auf die Potenz. Das ist das Äußere. Da kann man ja immer sagen, naja, gut, da lege ich nicht so Wert drauf. Aber du spielst ganz, 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 ganz groß mit deiner Gesundheit. So sehr vielleicht, dass du hinterher gar nicht mehr trainieren kannst. Und dann siehst du aber völlig daneben aus. Ja, deswegen bin ich ja mit dieser OP. Ja, aber auch das, Björn, muss mit sich ja nicht sein. Du bist ein Karl von 27 Jahren. Wenn der normal trainiert und sich in den Schuss hält, siehst du klasse aus. Also in die OP, das sind wahrscheinlich hochkomplizierte Operationen. Die wirst du eh nicht so mit der linken Hand bezahlen können. Nee, deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass ich am Überlegen bin mit einem Kredit. Ja, und das ist ja natürlich noch, noch wahnsinniger, dass du dich verschuldest wegen einer solchen Äußerlichkeit, die dann vielleicht auch noch schief läuft und es definitiv nicht nötig ist. Also das absolute Hauptargument ist für mich, Björn, dass du mit deiner Gesundheit spielst. Und gesund sein ist das Allerbeste und das Allertollste überhaupt, was man haben kann. Und wenn du eigentlich ein gesunder Mann bist und dich sprachlich gut betätigen kannst, finde ich, ist das komplett im grünen Bereich. Deine Freundin hat dich verlassen, weil du das übertreibst. Ja. Ist es das wert? Nee, das nicht. Ich habe mich auch mittlerweile schon ziemlich zurückbezogen, da auch teilweise Bekannte und Freunde mich verstoßen haben. Weil die auch alle denken, dass du übertreibst und die können gar nicht folgen in deine Welt. Genau. Und dadurch habe ich mich halt noch mehr da reingesteigert durch den Frust, dass ich dann alleine gelassen worden bin. Pass mal auf, Björn. Ich möchte mal, dass meine Psychologin ein paar Worte mit dir spricht. Bist du einverstanden? Ja. Vielleicht kann sie dir noch den einen oder anderen sehr guten Tipp geben. Was meine Meinung ist, habe ich dir gesagt. Und vielleicht kannst du aus dem Tipp dann auch noch was machen von meiner Psychologin. Das ist die Elke heute Nacht. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen, Björn. Ja. Und die Elke ruft dich zurück. Okay. Und ich hoffe, dass du nur noch trainierst demnächst und weiter nichts machen wirst. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Schönen Morgen noch. Ja, vielen Dank dir auch. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das wieder Fernsehen zu uns kommt. Dann machen wir einfach ein paar Takte Musik. So, jetzt begrüße ich mich. Herzlich, ganz herzlich die Zuschauer auch vom WDR Fernsehen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir hatten ein bisschen Verspätung, bitten, das zu entschuldigen. Aber nun sind wir ja alle versammelt. Eins Festival, eins live und das WDR Fernsehen. Und wir können so richtig loslegen mit unserem Thema heute Nacht. Das Thema heißt, für meine Schönheit tue ich alles. Wer von euch denkt so? Wer von euch sagt das? Wer von euch war vielleicht schon mehrfach beim Schönheitschirurgen, um sich schöner machen zu lassen? Wer von euch hungert, weil er denkt, dass er dann noch schöner ist? Wer von euch ist vielleicht sportsüchtig, kosmetiksüchtig oder modesüchtig auch? Und wer von euch hat vielleicht irgendwann mal eine schlimme Krankheit gehabt oder einen Unfall gehabt und ist aufgrund dieses Vorfalls irgendwie gezeichnet oder gar entstellt und möchte sich deshalb verschönern lassen? Und aufgrund dessen sagt ihr dann auch, für meine Schönheit tue ich alles. Also mit all diesen Menschen möchte ich gerne sprechen. Wenn ihr Lust habt, auch mit mir zu sprechen, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian.wdr.de und vergesst nicht, in die Mail eure Telefonnummer reinzuschreiben. So, und jetzt bin ich verbunden mit der Dorothea. Und die ist, wie alt ist sie denn? Drei, ne, neun, neunundzwanzig. Ja, leider schon, ja, ja. Ach, das ist doch noch ein wunderbares Alter, neunundzwanzig. Ja, das findest du, ich leider nicht. Dorothea, und da sind wir schon beim Thema, weil du dich zu alt fühlst? Ja, ich fühle mich alt und deswegen versuche da so ein bisschen gegenzuwirken. Also mit neunundzwanzig fühlst du dich zu alt? Ja, auf jeden Fall. Warum? Ja, jetzt geht es nur noch abwärts so ein bisschen für mich, habe ich das Gefühl. Ja, wirklich, ja. Das sagt mal den Leuten, die neununddreißig, neunundvanzig, neunundfünfzig sind. Ja, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Wenn du vor dem Spiegel stehst, findest du dich auch schon zu alt? Entdeckst du Fältchen hier und runzeln doch? Ja, das finde ich schon, deswegen habe ich einige Dinge schon dagegen getan. Was hast du getan dagegen? Ja, also was gegen Fältchen angeht, habe ich die Lidstrafung schon mal hinter mir. Lidstrafung ist auch ein kleiner chirurgischer Eingriff, ne? Ja, richtig, genau. Ja, wenn man halt ein bisschen zu fallende Lider hat, kann man die Augen größer machen lassen und das habe ich gemacht. Wie teuer ist das? Und, ja, wie teuer? Das ist ungefähr 2.500 Euro. Doch, auch so teuer. Ja. Muss man dafür stationär? Ja, kann man stationär machen, kann man aber auch ambulant machen. Ich habe stationär gemacht, weil ich dabei auch neue Brustvergrößerung und Fettabsaugung dabei gemacht habe. Ach so, also du hast da eine ganze Palette schon hinter mir. Alles zusammen, weil das spare ich Zeit und Geld halt, ne? Verstehe, also Brustvergrößerung, weil dir das vorher alles zu klein war? Richtig, das war A und B und ich wollte gerne C haben, so ein größtes C, ja? Ja, ja. Ja, und jetzt ist das schön und gefällt mir, ja. Das Ergebnis finde ich gut. Und operationsmäßig gut verlaufen alles, Narben schön verheilt? Ja, das ist ja, also ein bisschen Narben noch sieht man noch ein bisschen halt, weil das ist ja richtig Schnitt gewesen, aber... Wo verlaufen die Narben? Wo verlaufen die Narben? Unter der Brust, genau. Das ist ungefähr so 200 Zentimeter groß. Ach, mir nicht. Unter der Brust. Ah, ja. Also es gibt drei verschiedene Methoden. Mein Arzt diese gewählt, weil er sagte, dass man halt nicht so viele Schmerzen hat und verheilt halt schneller als unter den Achseln oder halt auf der Basis, ne? Ja, ja. So, und Fett abgesaugt, wo? Ja, an der Oberschenkelinnenseite, da ich fand, dass ich ein bisschen dickere Oberschenkel hatte, das machen lassen, ja. Ja. 200 Gramm war das insgesamt. Und auch zu deiner Zufriedenheit. Manchmal hört man da ja, dass so Dellen übrig bleiben und das nicht schön gerade gelungen ist. Nein, nein. Also man muss sich ja vorher gut informieren und dann findet man einen guten Arzt und der macht das dann richtig. Wie viel Geld hast du schon in diese chirurgischen Dinge investiert? Also 7.000 Euro mittlerweile. 7.000 Euro. Ja, und dabei mache ich auch noch zweimal im Jahr, gestern das letzte Mal, noch Butox in die Stirn und an den Augen spritzen. Ach so, Stirn und Augen. Ist Butox nicht auch das, wenn die Frauen so dicke Lippen haben? Nein, 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 nein. Um Gottes Willen, nein. Also dadurch, dass ich meine Augenbrauen immer so links hochgehoben hatte und hatte ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen Zornverhalten bekommen hatte. Oh, da muss man natürlich aufpassen. Ja, eben. Da sieht es so toll aus und dann kann man das ja machen und dann sieht das alles glatt gebügelt aus. Botox ist ein Gift, ein Schlangengift oder sowas. Ein Nervengift. Ein Nervengift, genau. Und das hält aber dann auch nur einige Monate. Richtig. Also man kann das dann zweimal im Jahr machen und dann sieht alles super aus. Und was kostet da einmal spritzen für? 350 Euro. Wie viel? 350 Euro pro Sitzung, ja. Und das ist dann zweimal im Jahr. Und gerade eben gemacht. Ja, das ist eine Sache von fünf Minuten. Ja. Das sehe aber dann eine Woche später ist das wieder so, wie das war und dann ist das auch okay. Achso. Bist du denn so eigentlich im Moment dann zufrieden oder wachst du jeden Morgen auf und denkst, uh, ich entdecke wieder was Neues? Ja, also mit den Sachen, die ich gemacht habe, ja. Aber ich möchte noch gerne eine kleinere Nase haben und würde noch ein bisschen gerne dünner sein. Wie viel wiegst du denn? Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Willen halt, mit dem Essen und mit dem Sport, ne. Ich meine, das ist eine Frage der Disziplin, wenn du Sport tauchst. Ja, das ist das Problem, ne, bei mir. Wie viel wiegst du denn? Ich, 58 Kilo. Bei einer Größe von? 1,70. Achso, okay. Nein, also ich finde, es könnte ein bisschen weniger sein. Am Po, Oberschenkel halt so, ne. Ja, ja. Also du bist ja ganz jeck drauf, was die Sache anbelangt. Ja, also ich finde nicht, also ich... Ja, das könnte schlimme, wirklich schlimme Auswüchse nehmen, wenn du älter wirst, wenn du wirklich älter wirst. Oh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Dann sitzt du ja nur noch beim Schulterschirurgen. Ja, 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 oh mein Gott, also... Es kann, ich meine, auch sowas kann in der Tat auch eine Sucht erwachsen, ne. Ja, ja, das glaube ich mittlerweile schon bei mir, ja, ja. Dann muss hier noch was geschafft werden und da noch was und ich meine, die Zeit arbeitet eh gegen dich, gegen uns alle. Ja, ja. Und wo willst du da für dich die Garanze ziehen, dass du sagst, nein, jetzt ist es langsam, jetzt ist es auch gut. Ja, also da will ich mir noch keine Gedanken drüber machen. Also so weit bin ich noch nicht. Also du bist festgeschossen, das noch so volle Kanne weiter durchzuziehen? Ja, natürlich. Also ich habe das später, wenn ich jetzt mehr Falten haben sollte, würde ich auch eine Gesichtstraffung machen. Natürlich, klar. Also da, wenn ich, also wenn irgendwas ist, was mir dann nicht mehr gefällt und ich dann in den nächsten fünf Jahren dann zu viel Falten bekomme oder so, da bin ich die Erste, die dann wieder beim Chirurgen ist, auf jeden Fall. Nun bringt ja jede von diesen Operationen, das sind ja keine Kleinigkeiten, immer Risiken bis zu großen Risiken mit sich. Das nimmst du alles in Kauf? Ja, das war auch Frau Narkose und da liegt mein Hauptpartei geflacht, das war richtig, ja. Aber es lohnt sich, ich fühle mich danach besser und ich sehe besser aus, das sagen mir auch andere Leute, Familie und Freunde und ja, das ist das, was für mich wichtig ist. Nehmen wir mal an, wir spielen das mal nur so theoretisch durch. Ja. Du würdest jetzt aufgrund irgendwelcher Umstände für eine sehr lange Zeit alleine, ganz alleine auf einer Insel, auf einer einsamen Insel leben müssen. Würdest du diesen ganzen Kram auch machen lassen, sofern das überhaupt möglich wäre? Ja, weil ich muss mich dann, wenn ein Spiegel hätte, das ich auf jeden Fall mitnehmen würde, müsste ich mich ja angucken und dann würde ich mich ja so sehen. Und wenn das mir nicht gefällt, dann haben wir schon das Problem und... Also du sagst ganz klar auf die Frage, ich mache das nicht für irgendwelche anderen Leute, ich mache das für mich. Richtig. Das glaube ich nie so richtig, weil ich denke, wir reagieren immer alle auf andere Menschen. Richtig. Und wenn plötzlich keine anderen Menschen mehr da wären oder wenn ein anderes Schönheitsideal vorherrschen würde in unserer Gesellschaft, würden wahrscheinlich ganz viele Leute auch anders drauf sein. Aber ich denke, man hat ja so ein Bild von sich. Aber wie entsteht das? Woher kommt das? Ja, das kommt wahrscheinlich auch von der Gesellschaft, aus den Medien. Aber man kennt sich ja selber und ich denke mal, in den Jahren hat man so Schönheitsideale und das sind so Dinge, die mich halt beschäftigen. Ja, aber weißt du, ich glaube ja, dass diese Schönheitsideale, die fallen ja nicht vom Himmel und die sind nicht angeboren. Ich glaube, dass wir gerade in unserer, jetzt zur Zeit in der westlichen Zivilisation, werden wir ja zugeschüttet mit Schönheitsnormierungen. Einer ist schöner und perfekter als der andere und jeder will es dann genauso sein. Ja, aber entweder macht man das mit oder man bleibt auf der Strecke. Ja, aber ist es nicht doof, das mitzumachen? Nein. In der Herde mitzulaufen, nur weil irgendwelche Hanseln irgendwo in irgendwelchen, weiß ich das, Modelagenturen oder Werbeagenturen das so kreiert haben? Ich fühle mich aber dabei besser. Und das ist mir wichtig. Wenn ich morgens aufstehe und mich in den Spiegel anschaue und sage dann, okay, so kann ich mit leben und das gefällt mir und habe da jetzt keine Depressionen oder schlichtes Gewissen oder schlechte Gedanken, dann ist es für mich in Ordnung so. Was machst du vom Beruf? Ich bin Teamleiterin beim Telekommunikationunternehmen, ja. Achso. Das ist auch eine Branche, wo man auch so schon auf äußeres Wert legt, ne? Ich habe also sehr viele junge Leute, also das ist halt so, Callcenter sind ja meistens so von 20 bis 30 und man hat halt jüngere Kollegen. Ich werde nicht so 130 und ja, das ist ja so eine Sache und ich finde, dass es zu viel Konkurrenz auf dieser Welt gibt. Es gibt zu viele hübsche Frauen, kann ich nicht mit leben. Also ich habe da ein Problem mit und... Bringt das denn auch insofern einen Erfolg, dass die Männer dir mehr zu Füßen liegen, nachdem du das gemacht hast? Ja klar. Ist das so? Nie weiter sagen, was ich jetzt gemacht habe oder so. Also ich, leider Gottes stehe ich nicht so zu allen Dingen, aber ich finde, das kommt gut rüber und... Hast du einen Freund im Moment? Nein, im Moment nicht, nein. Aber du hattest schon einen Freund, während du solche Sachen gemacht hast? Und der war dagegen. Der war dagegen? Ja, da gab es immer sehr viel Streit und wir haben es jetzt letztendlich nicht deswegen getrennt, aber das war einer der Dinge, wo sehr viel halt, ja, Differenzen und Streitigkeit. Ich glaube ja wirklich, dass die meisten, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass die meisten Partner dann eher bremsen und sagen, nee, komm, hör auf, ich liebe dich so, wie du bist und ich mag dich so, übertreibe es nicht und gehe nicht das Risiko ein, nachher passiert irgendwas und so weiter. Bist du in deinem Umfeld die Einzige, die so extrem drauf ist? Ja. Ja. Was sagen deine besten Freundinnen dazu? Ja, die finden das gut, also die finden das Ergebnis schön. Die finden das Ergebnis schön, aber würden es selbst nicht so machen? Nein, die sagen, ich bin verrückt. Und die sagen, Dorothea, bremst dich mal. Ja. Irgendwo muss eine Grenze sein. Wie ich gelitten habe nach den Schmerzen, wo ich nachher eine Woche flach war, weil ich nicht laufen konnte, mich nicht mehr bücken, weil alles auf einmal wehtat. Das ist ja auch irre, was man da an Schmerzen in Kauf nimmt, ne, für diese... Aber das ist schnell vergessen. Ja. Das ist schnell vergessen, ja, ja. Wenn man sich dann in Spielen anguckt und das Ergebnis sieht toll aus, ist das alles schon vergessen. Das ist wie bei Kinderkriegen, glaube ich. Gibt es denn auch viel Geld für Kosmetika aus? Ja, auf jeden Fall. Also Parfüms bin ich süchtig, Cremes. Ich habe auch schon immer, ich kaufe immer ein Voraus, dass ich, falls das nicht mehr danach gibt oder so, dass ich schon mal noch zwei, drei Paarungen habe. Ja, ja. Hast du dir mal durchgespielt, wir wollen es beileibe nicht hoffen und es soll nie eintreten. Ja. Aber wenn, wie es ja nur so vielen passiert, wenn dir mal ein Unfall geschehen würde und du würdest durch einen Unfall vielleicht die Hälfte deines Gesichtes verlieren oder schwere Verbrennungen in deinem Gesicht bekommen, wie das Leben dann wäre? Dann möchte ich nicht leben. Also das ist für mich klar, dann möchte ich nicht leben. Sagst du jetzt. Also, nee, also ich bewundere diese Menschen, ich bewundere auch Menschen, die fast dicker sind und halt nicht so gut aussehen und ich frage mich auch manchmal, wie die damit leben können so, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich könnte nicht damit leben. Das ist also definitiv für mich, wenn ich einen Unfall hätte oder so oder jetzt irgendwie was schieflaufen würde oder eine Operation, dann würde ich, glaube ich, ersetzen. Ich könnte eine Wette abschließen, dass du, wenn so etwas passiert ist, mir das nicht dann auch so sagen würdest, jetzt will ich nicht mehr leben. Ich glaube es nicht. Also, ich finde, das Leben ist nicht so. Also, ich finde, wenn ich gut aussehe, fühle ich mich gut und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt verstelltes Gesicht hätte, jetzt Narben oder sonst irgendetwas, da würde ich mich zu Hause verkriechen, weil das sowieso manchmal ist schon, wenn ich zu viel gewissen habe. Und, ne, also ich bin der Mensch, der damit gar nicht klarkommt und ich glaube, da würde ich die Schlaftabletten kaufen und das Ganze schnell beenden. Definitiv. Also, da bin ich mir vollständig sicher. Also, ich wünsche dir, dass du irgendwie ein Maß findest irgendwann in dieser ganzen Sache, weil die Gefahr schon besteht, dass sich das auffrisst. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich meine, da musst du einen Fokus drauf haben für dich, dass du irgendwann auch sagst, jetzt reicht es auch und nun ist es gut und ich fahre das Ganze wieder runter. Also, solange das nicht künstlich aussieht und alles so ein bisschen natürlich und ich jetzt irgendwie nicht verstellt das Gesicht habe oder zu dicke Lippen oder sowas, das ist für mich dann schon zu viel. Also, das war Dorothea, die auch sagt, für meine Schönheit tue ich alles. Ja. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Auch so, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben 0800 220 50 50. Wer sagt das denn von euch auf? Wenn meine Schönheit tue ich alles, dass ich toll aussehe, dass ich gut rüberkomme, dass ich so den Vorstellungen der heutigen Zeit entspreche. Das ist für mich wichtig und dafür lege ich mich so richtig rein und ja, stelle das eigentlich an erster Stelle. Das ist unser Thema und ich würde gerne mit euch sprechen, die ihr so denkt. Hier ist Tobias. Tobias ist 20 Jahre alt. Hallo Tobias. Ja, hallo Tobias. Genau. Ja, 20 Jahre, er ist alt und schon so ein Satz ab von Lippen, für meine Schönheit tue ich alles. Ja, ich würde mich als Beauty-Junkie bezeichnen. Als Beauty-Junkie. Ja. Das ist interessant. Und zwar äußert sich das so, dass ich, mein Badezimmer so aussieht, als wäre es eine Frau. Wärst du ein Model. Als wärst du Germany's neuestes Model. Nee, lieber nicht. Also ich habe dann über 30 Produkte oder sagen wir mal 30. Wahrscheinlich sieht das bei dir im Badezimmer so aus wie bei Bruce. Bei dem war ich noch nicht. Nee, aber das könnte vielleicht sein. Ich auch noch nicht, aber ich stelle mir das so vor. Also erzähl mal, wie sieht es bei dir aus im Badezimmer? Ja, ich habe wie gesagt über 30 Produkte da oder 30 Produkte ungefähr. Ja, was für Produkte? Für was alles? Ja, das sind einmal die Basics, also Gesichtsreinigung, Tages-Nacht-Creme, Peeling, Haut-Creme und dann Hand-Peeling, Hand-Creme, Fuß-Peeling, Fuß-Creme. Ja. Was hätte ich noch Schönes? Maniküre, also dann diese Pfeilen und Nagelhautstift und sowas. Ja. Und ich gehe auch regelmäßig zur Kosmetikerin. Du gehst zur Kosmetikerin? Ja. Was lässt du da machen? Ich hatte, oder ich habe immer noch viele Mitesser, also Pickel, von einer Jugend, wie das halt zuerst in der Pubertät. Ja. Daher bin ich auch da hingekommen. Ja. Die macht man dir immer weg und das ist heute eben immer noch so. Achso. Und dann mit Massage und Maske und sowas. Ja. Also siehst du immer wie aus dem Ei gepellt aus? Ne, leider nicht. Also ich habe immer noch Mitesser und so und das ist, also ich kann die Frauen schon verstehen, wenn sie dann morgens aufstehen und dann einen Pickel im Gesicht haben. Ja. Das stört mich auch. Das klingt ja für ein 21-jähriger Typ schon sehr ungewöhnlich, was du da machst. Weil das ist mein, ja. Das ist mein, definitiv. Hast du für dich so eine psychologische These, warum das so extrem bei dir ist? Also ich mache es in erster Linie für mich. Ja, das sagen ja immer alle, klar. Ja. Und das hat für mich auch so einen psychologischen oder so einen seelischen Effekt. Also wenn ich dann irgendwie Stress habe in der Schule oder zu Hause oder sonst wo. Du bist noch Schüler. Ich war Schüler. Also ich habe das Abitur gemacht und fange jetzt mit Studium an. Oftmals sind ja Leute so drauf, wenn sie, so wie wir es gerade auch gehört haben schon, früher irgendwie in der Kindheit irgendwie nicht so gut dastanden. Irgendwie sich hässlich gefühlt haben oder vielleicht wirklich hässlich waren oder gehänselt wurden. War das bei dir so? Nein, kann ich nicht sagen. Also ich wurde das von meinen Freunden oder Mitschülern nicht irgendwie gehänselt oder so. Als Kind. Und haben denn die Mitschüler jetzt, als du älter warst, die haben das ja auch mitbekommen wahrscheinlich, was du alles so machst. Nein. Nee, die haben es nicht mitbekommen. Ich gehe jetzt dann nicht mit rum und sage, ich mache das und das. Ach, man sieht es dir nicht an direkt, dass du so viele Cremes und was ich was alles benutzt. Nö, das nicht. Und Schminke nimmst du auch nicht? Nein. Also geschminkt gehst du nicht auf die Straße? Nein, das nicht. Und, ähm... Hast du ein... Ja, ich habe auch zweimal die Woche so einen Beauty-Tag. Ja. Da mache ich dann Ganzkörper-Peeling und eben die Finger und so, da mache ich dann alles. Ganzkörper-Peeling mit 20 Jahren, was gibt es denn da zu peelen? Muss man machen, die Haut erneuert sich einmal im Monat. Und da reicht duschen und so ein bisschen abschrubben, reicht nicht aus? Ja, richtig. Hast du eine Freundin oder bist du schwul? Eine Freundin habe ich nicht, hatte ich auch nicht. Und schwul würde ich das auch nicht unbedingt sagen. Eher so, ich bin offen für alles, also bisexuell. Ja. Hattest du denn schon mal einen Partner oder eine Partnerin? Nein. Noch nicht? Noch gar nicht? Ach. Wie kommt es? Zu schüchtern. Ehrlich? Also, ja. Also, ich mache mir ziemlich viele Gedanken und so, wie ich auf andere wirke und so. Ja. Ja. Also, kann das vielleicht auch so eine Ursache sein, dass du es besonders gut mit dir machen möchtest und dich besonders pflegen möchtest, um einfach gut anzukommen bei Männern oder bei Frauen, wie auch immer? Das könnte ein Grund sein, ja. Ja. Aber wie gesagt, ich mache es in erster Linie für mich. Ja, ja. Und wie gesagt, wenn ich dann eben auf dieser besagten Insel sein würde, würde ich es immer noch machen. Ehrlich? Also, ich finde es... Wie lange frage ich mich? Vielleicht die ersten paar Wochen und hinterher würdest du sagen, ach komm, Drisial, Hauptsache mir geht es gut und ich habe was zu essen und dann... Ja, also Essen... Natürlich, das ist das Wichtigste. Auch so, dass wenn ich dann eben morgens aufstehe und dann schlecht drauf bin, dann mache ich da mein Ritual, da mit Reinigungen und so, dann geht es mir auch dann... Wer weiß das denn, dass du so Sachen so intensiv betreibst? Meine Eltern. Und was sagen die dazu? Ja, die waren erst ein bisschen skeptisch, weil ich ja auch gerade als junger Mann das so intensiv mache. Genau. Aber die haben sich jetzt auch dran gewöhnt und finden das so in Ordnung. Sie haben es akzeptiert. Ja. Ich meine, es gibt schlimmere... Ja, ja, natürlich. ... oder sowas. Ja, ja, klar. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt süchtig bin, also ich könnte auch, wenn ich jetzt, wenn es finanziell nicht mehr so gut ist oder wenn ich mir das finanziell nicht so gut leisten könnte, könnte ich auch dann mit den... Wollte ich gerade sagen, du musst doch dann auch... Ja, du musst doch wahrscheinlich da im Monat richtig viel hinblechen, ne? Für all die ganzen... Ja, natürlich auch. Hast du so eine Zahl ungefähr, wie viel du für Körperpflege ausgibst? Also im Schnitt so um die 200 Euro. Im Monat? Ja. Boah, das ist als Schüler, als ehemaliger Schüler natürlich eine Stange Geld. Ja, ich arbeite auch nebenbei und das schwankt immer so, also mal mehr und mal weniger. Ja. Je nachdem wie ich dann komme, dann auch Kosmetikerin, die ist auch nicht ganz billig. Ja. Was willst du mal für den Beruf machen? Medizin studieren. Ja. Und dann wahrscheinlich auch in die Richtung, also in Forschung oder so. Also. Das müssen wir mal sehen. Ich dachte, du wolltest dann Schönheitschirurg werden oder sowas. Das auch vielleicht. Oder irgendwie so einen Beautyladen aufmachen. Mal schauen. Ich hatte dich gerade unterbrochen. Du hast gesagt, meine Eltern wissen das. Und das klang so, als würdest du sagen wollen. Und? Weiß das noch jemand? Ja, also dann wahrscheinlich ein paar Freunde, die dann ins Badzimmer gekommen sind. Aber das glaube ich nicht. Also ich habe das dann, früher war es so, dass ich das dann auch verheimlicht habe. Ja. Also ich habe dann schnell die Sachen weggepackt, weil ich dann nicht so als, ja wie gesagt, als schwul dann dastehen wollte. Ja. Aber mittlerweile gehe ich da ganz offen mit Umweis, ja auch in den Medien oder so. Wenn man jetzt in die Prokerenin geht, dass das immer mehr auch bei Männern ankommt. Ja, ja, das ist ja. Ich habe da auch kein schlechtes Gewissen. Genau. Also mittlerweile geht das ja so in beide Geschlechter rein, dass man das machen kann. Früher wäre das noch eher undenkbar gewesen. Wäre, also den allerbesten Freund oder eine allerbeste Busenfreundin hast du nicht, mit der du das so besprechen oder mit dem du das so besprechen könntest? Ich könnte es vorher, aber ich weiß nicht. Ich habe es bisher nicht gemacht. Schämst du dich dann noch ein bisschen? Vielleicht. Vielleicht, ja. Das ist eigentlich mit Stichwort Zähne. Hast du da auch einen Tick, dass du die besonders reinigst? Ja, da habe ich. Ja. Und... Da habe ich, ja. Was machst du da alles so? Da habe ich natürlich Zahnpasta, wie jeder auch. Dann habe ich Mundwasser. So eine Mundfrische Spray da. Und dann so ein Pulver, das dann den Zahnbelag ab. Verstehe. Also, wenn man sich mit dir irgendwie näher befasst, muss man keine Angst haben, dass man irgendwelche Bakterien an sich bekommt. Ja, das nicht. Es ist auch so, dass ich mich ziemlich gut damit auskenne. Also, ich weiß schon, was ich benutze und was das bewirkt. Und das Schöne an den Sachen ist auch, wenn ich, dass man so einen Sofort-Effekt hat. Also, man ist nicht so, dass man dann, wenn man dann nach 100 Jahren dann die Creme benutzt, dass man dann erst eine schönere Haut bekommt. Verstehe. Jetzt stelle ich mir gerade die Situation ausgesprochen lustig vor, wenn unser Tobias zur Bundeswehr müsste. Ja. Musst du zur Bundeswehr? Nein. Nein. Schade. Dann wärst du mit deinen Kosmetikkoffern da angerauscht und da hätten die anderen Jungs Späßchen gehabt. Ja. Machst du den Zivildienst? Nein, bin ich auch frei von. Aha. Also, ich muss gerade in der Hinsicht gar nichts machen. Ja. Ich muss dir sagen, so bin ich, so muss man mich akzeptieren, wer das nicht haben kann. Das ist halt, ich weiß nicht. Also, ich bin da mittlerweile ziemlich selbstbewusst. Vielleicht wäre einfach mal so als, ich weiß nicht, als so Therapie, um auch mal anders zu leben. Gar nichts so schlecht, wenn man dir das mal radikal entziehen würde. Ja. Oder wenn du, weiß ich jetzt, eine Abenteuertour durch Afrika machen würdest, einen Monat oder zwei Monate, ohne diesen ganzen Schnickschnack, wie du dich dann wohl fühlen würdest. Mhm. Ja, wäre interessant. Das wäre interessant für dich auch, als Selbsterfahrung. Was, 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 bin ich abhängig davon? Äh, kann ich auch anders? Oder fühle ich mich anders sogar letztendlich sogar gut, wenn ich erstmal die erste Hürde überwunden habe und so weiter? Ja, und was auch interessant wäre ja, wie sich dann die Haut dann aufsehen wird. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Da kommt die endlich mal zur Ruhe, die Haut. Die wird ja ständig gepielt und gepudert und gedrückt und weiß ich was alles. Würdest du denn, oder würdest du sagen, dass die Haut auch davon abhängig werden kann? Also die Haut, also nicht vom Geist her oder vom Gehirn her, sondern, weiß wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin kein Dermatologe, weiß ich nicht. Äh, aber psychisch mit Sicherheit. Psychisch mit Sicherheit. Tobias, ist vielleicht, denk mal nach, ist vielleicht auch alles eine Nummer zu krass. Ein bisschen runterfahren wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Okay. Oder mal so, einfach mal so einen Selbsterfahrungstrip machen und alles sein lassen. Mhm. Ne? Okay, ja. Danke für den Anruf und deine offene Schilderung. Ja, danke auch. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier geht's sofort weiter mit Frank und Frank ist 38. Guten Morgen, Frank. Ja, Namen Dumian. Namen Frank. Ja, also mein Thema ist mittlerweile sportsüchtig. Sportsüchtig? Ja, richtig. Und hätte man das vor zwölf Monaten zu mir gesagt, dann hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und, ja klar gesagt. Ach, du bist erst seit zwölf Monaten sportsüchtig? Ja, ich hab seit zwölf Monaten oder in den letzten zwölf Monaten 63 Kilo abgenommen. 63 Kilo abgenommen? Nur durch Sport? Nur durch Sport, ja, ja. Und Ernährung natürlich. Und Ernährung. Ja, ja. Wie hast du vorher gewogen, wie viel wiegst du jetzt? Vorher 140, jetzt 77. Wow. Also mit eiserner Disziplin. Ja. Ganz wenig gegessen? Ganz wenig gegessen? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich hab schon gegessen. Aber ordentlich gegessen? Also gesund gegessen? Gesund gegessen. Weniger Fett, weniger Süßes? Fett ist überhaupt kein Problem. Also wenn jetzt meine Freunde zuhören würden, die würden jetzt wieder sagen, jetzt fängt ja das schon wieder mit an. Kohlenhydratarm. Ja, 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 ich hab's auch schon gehört, ja. Kohlenhydrate sind die Warnzucker. Okay. Und was für einen Sport oder welchen Sport betreibst du? Also ich laufe nur. Ich hab erst eine Fahrradbahn angefangen. Ja. Und nach vier Wochen wurde das irgendwie langweilig. Ja. Dann hab ich mich irgendwann mal nachts um drei auf das Laufband gestellt. Ja. Mal zu gucken, wie das aussieht, ja, fand ich gar nicht so schlecht und seitdem mach ich eigentlich Laufband. Dann hab ich ca. ein Dreivierteljahr fast jeden Tag. Sag mal, Entschuldige, ich höre hinter uns so ein komisches Geräusch, du bist aber nicht jetzt im Moment auch auf dem Laufband. Selbstverständlich. Du bist jetzt auf dem Laufband, während du mit mir telefonierst? Ja. Und da kannst du so ganz normal reden, ohne in die Puste zu kommen? Ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn man wirklich den purem Fettabbau machen will, dann muss man im richtigen Pulsbereich sein. Der richtige Pulsbereich, ich hab natürlich jetzt einen Pulsband an und der zeigt mir das an. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich hab Puls, aber das Problem halt ist, man muss sich unterhalten können, während man läuft, weil dann ist man im richtigen Pulsbereich. Ach so, ach so. Wie viele Stunden am Tag läufst du denn? Eine. Eine Stunde? Ja. Ah, das geht ja noch. Ja gut, das ist auch schon ein bisschen krass, aber ich hatte jetzt noch mehr erwartet. Nö. Also, wie gesagt, wenn du die richtige Ernährung einhältst, ist das eigentlich kein Problem. Und es ist in Anführungszeichen einfach, weil auch wenn man zum Beispiel abends, mach ich mir einen Salat und dann hau ich mir da Käse rein und um Gottes Willen, wie kann man noch Käse essen, fett, das ist überhaupt kein Problem, wie gesagt. Wie kam es denn bei dir, dass sich das dann vor einem guten Jahr umgeschaltet hat? Du warst früher ein ziemlich dicker Kerl. Ja. Und warum plötzlich dann der Gesinnungswandel? Ja, der war eigentlich dadurch durchs Tauchen. Und ich habe mit dem Tauchen angefangen und dann hat man gemerkt, dass man sich halt nicht drehen kann, nicht wenden kann. Und wenn man denn, sag ich mal, auf dem Wasser liegt, in den Wellen und man ist gerade rein und man muss sich halt die Flossen noch anziehen und man kommt nach irgendwo nicht dran, das ist dann schon irgendwo etwas feinlich. Achso. Und du hast gesagt, jetzt muss sich was verändern. Ja, die Ausrüstung gibt natürlich auch nochmal so 15 Kilo, dann noch 12 Kilo Blei dran, dann gibt man schon etwas zu krümmen, wenn Windschluss kommt, kippt von da hinten über und jetzt tauscht mit 2 Kilo halt. Das war der Auslöser. Ja. Jetzt hast du über 60 Kilo abgenommen, sagst du? Ja, 63. Wie ist das denn so, hat sich die Haut auch zurückgebildet oder hängt die Haut? Also grundsätzlich muss man mal sagen, das Bindeglebe von Männern ist wesentlich besser als von Frauen. Ja. Jetzt ungerecht verteilt eigentlich. Ja. Aber bei mir hat sich die Haut halt zurückgebildet. Ja. Und einen flachen Bauch habe ich natürlich immer noch nicht, weil das, was ich mir in, keine Ahnung, in 20 Jahren angefutzt hat, das kann man nicht in einem Jahr wegkriegen. Mhm. Darum fange ich jetzt auch, also ich muss dazu sagen, ich habe nur Laufwand gemacht und natürlich vorher Fahrradfahren, kein Krafttraining und jetzt fange ich halt an auch langsam mit Bauchtraining. Ja. Damit sich der Bauch natürlich auch noch ein bisschen... Also das Ziel ist noch nicht erreicht, wie der Körper aussehen. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Jetzt muss ich mal fragen, ich finde das immer so albern auf diesen Laufbändern. Ja. Warum läufst du nicht in schöner Natur? Da hast du frische Luft, kannst was Nettes angucken. Warum auf dem Laufband? Ganz einfach. Du verbrauchst in der Natur halt mehr Kraft und es war für mich mit 140 Kilo nicht erdenkenswert, dass ich überhaupt auf dem Laufband gehe. Das war ein großes Risiko, weil halt auch die Knochen halt, die Gelenke... Ich hätte mit 140 nie aufs Laufband steigen dürfen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Es ist alles gut gegangen. Ja. Theoretisch könnte ich jetzt in freier Natur laufen. Ja. Aber es ist anstrengender. Aber es ist doch gut, dann verbrennt man doch noch mehr, wenn es anstrengender ist. Ja. Du hast aber den Fulten schon ganz in Ordnung. Ach so. Verstehe. Da ich immer noch Vetterbau machen will, also im Hauptfokus, ist es eigentlich auch wichtig, dass ich da noch so achte. Ja. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ja. Und warst du in der Beziehung auch schon, als du dicker warst? Ja. Was sagt dir deine... Ich war eigentlich nur dick. Ah ja. Und was sagt deine Freundin jetzt zu dem völlig verwandelten Frank? Frau. Bitte? Eine Frau. Deine Frau. Ja. Was sagt deine Frau? Ja. Was sagt sie? Zuerst war sie da nicht so ganz in deinem Stand. Ach. Sie wollte dich lieber ein bisschen mobbeliger haben? Ja. Richtig. Und mittlerweile muss man sagen, dachte sogar, wenn du viel mehr Schulter kriegst, dann wäre es ganz gut. Ach so. Ja. Also sprich noch ein paar Muskeln dabei. Verstehe. So. Wie wäre dein Ziel? Wie würdest du es definieren? Wie solltest du aussehen, um zu sagen, dass du dann sagst, so soll es bleiben? Ich möchte letztendlich die Speckpolster wegkriegen. Dann bin ich glücklich. Ja. Und das Gewicht? Wo sollte das sich einpendeln? Das kann man nicht sagen. Weil aus dem ganzen Tag ein Runde. Weil du weißt nicht, wann die Polster weg sind. Ach so. Also es kann bei 50 Kilo passieren jetzt noch. Es kann noch 10 Kilo sein. Da ich aber jetzt auch, wie gesagt, Krafttraining mache, ist es halt auch so, dass ich wieder, ich denke mal, in zwei Monaten an Gewicht etwas zunehmend. Ja. Weil Muskeln liegen dreimal mehr als Fett. Ach so. Klar. Natürlich. Ich bin natürlich nicht wie der erste Zielsprecher hier als Arnold enden. Genau. Ja. Der erste Anruf vorhin, da waren wir noch nicht wieder erfern sind, der erzählte was, dass er Anabolika nimmt und halt die Muskeln dadurch aufbaut. Ja. Das ist nicht dein Ziel. Aber du bist fest entschlossen, jetzt weiter so diszipliniert alles durchzuziehen, dich nicht wieder so gehen zu lassen wie vorher. Nein, auf keinen Fall. Und eben für dein Aussehen, für deine Schönheit eben das jetzt so zu machen, wie du es gerade beschrieben hast. Richtig, ein Ziel habe ich ja schon erreicht, besser aussehen als mein guter Freund Thomas. Das ist schon viel wert. Wie schwer ist denn der gute Freund Thomas? Nö, der ist eigentlich ganz dünn, der ist dünner wie ich. Ach so. Aber ich sehe jetzt besser aus einfach. Ah. Das habe ich dann einfach mal so beschlossen. Ah ja. Ja, also das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Du tust Körper und Geist, ist das gut? Körper und Seele? Vor allen Dingen, wenn man so, ich habe mit der Krankenkasse Kontakt aufgenommen. Ja. Ob die das vielleicht unterstützen? Ja. Da hieß es ein ganz klares Nein. Ja. Ich habe mich da mit einem Ernährungsberater unterhalten. Und er hat mir sogar von dieser, ja, die sagen Geäther zu dieser Ernährungsumstellung abgeraten, mit dem Kohlenhydratarm. Ja. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht unterstützen kann und überhaupt nicht vermassen kann. Ich merke, du möchtest gerne wieder auf dieses Thema kommen. Ja. Das sagen deine Freunde ja auch von dir. Naja, aber ich finde es okay und wenn das nicht wirklich, ich meine, du hast gerade sportsüchtig gesagt, ja, ich habe es noch schlimmer erwartet. Das ist ja im Moment, finde ich, finde ich noch okay so. Ja gut, ich war im Dreivierteljahr jeden Tag hier. Ja. Wo ist denn hier? Bist du jetzt in einem Studio oder bist du... Ich bin jetzt in einem Studio. Ach so. Studio, was hier in 20 Stunden lang aufhast. Ah, verstehe. Da bin ich halt. Den Namen wollen wir jetzt nicht sagen. Nein, das wollen wir nicht sagen. Also, wenn es dabei bleibt und du nicht demnächst drei Stunden am Tag laufen musst und auch noch Krafttraining machen musst, dann ist das ja alles okay und dann wird der Frank ganz schmuck und drahtig und muskulös demnächst aussehen. Ich hoffe es. Danke für den Anruf, Frank. Ja, gerne. Viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Paula. Paula ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Paula. Hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ja. Das kriegen wir schon hin. Für meine Schöner tue ich alles, heißt unser Thema. Genau. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie ist es denn bei dir? Ja, extrem würde ich sagen. Also, ich habe Magersucht halt und ja, das ist ein bisschen ausgereizt, mehr oder weniger. Ja. Also, Magersucht, wie lange schon? Also, zehn Jahre. Zehn Jahre. Also, die ganze Pubertät. Ja, also, da war es schon, als Magersucht irgendwie dekastifiziert. Da war es halt nur eine Essstörung irgendwie. Ja, so wie die Jahre ist es halt dann schon, ja. Dann sag mir mal so die Daten, damit ich mir dich vorstellen kann. Du bist wie groß? 76. 1,76. Und wiegst? Also, im Moment, ich habe meinen Tiefpunkt also 38. 38? Mhm. Und da kannst du noch mit mir telefonieren? Ja, das geht. Muss man da nicht irgendwie ins Krankenhaus und wird zwangsernährt? Ähm, es gibt bestimmt einige, bei denen das ist. Also, ich war in Therapie jetzt gewesen über Weihnachten bis, ich glaube, Januar, Februar war ich gewesen. Und das, ja, hat mehr oder weniger angeschlagen. Also, ich habe dort ein bisschen was zugenommen, eine ganze Menge mehr. Wie viel? Ähm, also ich hatte, ja, um die 48, was gab es, 45, 48, von denen sie, ja, dann ist halt, ähm, also meine Freundin hat sich von mir getrennt und, ja, das hat dann so den Tiefpunkt gegeben. Aber du bist ja jetzt, ich sage mal, ganz nah am Randbereich der schweren Erkrankung oder gar des Todes. Ja. So muss man das ausdrücken. Schon. Wobei, das ist nicht, das ist, ähm, wo ich hinschrebe. Also, es ist nicht, ähm, so dass ich, ähm... Aber bewusst ist dir das? Bewusst ist mir das schon, ja. Also, du willst, deine, deine Psyche ist nicht so, dass du sagst, ich will mich zu Tode hungern. Nein, nein, nein. Und du willst schon leben? Das schon, ja. Ja, es ist nur für mich, ähm, momentan sehr schwierig, das klarzukriegen mit der Trennung und das, ähm, im Kontext mit, ich fühle mich hässlich und, ja. 38 Kilo ist so unfassbar dünn. Äh, also wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich, und dass du nicht wüsste, würde ich denken, dass du eine ganz schwer kranke Frau, junge Frau bist. Wahrscheinlich, ne? So eingefallen siehst du aus. Und wenn ich dich jetzt im Bikini sehen würde oder so. Gut möglich, ja. Mhm. Wie viel nimmst du denn am Tag noch zu dir? Also, es ist, ähm, nicht sonderlich wenig. Also, es sind halt nicht jetzt, ähm, wie 600 Kalorien, 700 irgendwie. Das ist halt, ähm, da ich mich ja auch noch bewege, verbrauche ich halt dementsprechend auch wieder. Was, in, in welcher Form nimmst du diese Kalorien zu dir? Also, ich esse schon, aber nicht jetzt wie ein normaler Mensch, also, ähm, das ist so, ich esse halt generell nur abends, dass ich tagsüber irgendwie noch in irgendeiner Form irgendwas geleistet habe. Und was isst du? Ähm, ja, hauptsächlich, also nur Bioprodukte, und, ähm, das zelebriere ich halt. Das ist dann Reis mit, ähm, irgendwas selbstgemachten an Soße, also wirklich, das kann dann zwei, drei Stunden halt dauern. Und, ähm, also nicht wie ein normaler Mensch, so kann man sich das nicht vorstellen. Ich bin erstaunt, dass du überhaupt noch so etwas isst, Reis und, und, du hast Bioprodukte. Ich hatte jetzt erst mal nicht gedacht, du würdest sagen, ich esse nur noch einen Joghurt am Tag oder einen Apfel oder so etwas. Also, das Paradoxe an der ganzen Sache ist, ich esse eigentlich unheimlich gerne, habe ich auch immer getan. Es ist, ähm, es ist eigentlich irgendein schwer. Aber die Menge, die Menge muss ja dann doch schon sehr, sehr gering sein, wenn, wenn du so dünn bist. Ja, also ich habe halt, ähm, wie gesagt, immer abgenommen gehabt jetzt nach der Therapie, weil ich habe es dann halt... Aber du erbrichst es nicht dann, was, was du gegessen hast? Ab und zu schon. Ach, das auch noch. Das, also, je nachdem, also es war ganz schlimm, ähm, ja, als wir uns da getrennt hatten oder sie sich von mir getrennt hat, ähm, was halt, also da war es eine Zeit, dann war es dann ganz schlimm, habe ich dann, also das, was ich noch gegessen habe, dann auch. Ähm, hat man überhaupt, wenn man 38 Kilo wiegt, bei einer Größe von 1,76, hat man überhaupt noch Kraft, also rauszugehen, einkaufen zu gehen oder überhaupt sich in der Welt zu bewegen? Schaffst du das? Wenig, also es ist, ähm, ich bin eigentlich noch, also nach wie vor in der Ausbildung, ich, ähm, bin eigentlich fast fertige Krankenschwester. Ja, ja, aufgrund der ganzen Geschichte halt und, ähm, immer wieder irgendwelchen Rückfällen konnte ich halt nach wie vor meinen Examen nicht machen. Arbeitest du denn im Moment? Nee, ich darf nicht, also könnte ich auch, glaube ich, gar nicht, ähm, es ist so auch schwierig genug, ähm, es ist halt nur, ähm, ich, ja, ich bringe das nicht so unbedingt in Verbindung, also wenn ich mich schlecht fühle, dann denke ich halt, es ist, ja, das Wetter oder was, also ich weiß schon rational, dass es auf jeden Fall mit dem Essen zusammenhängt, aber es ist einfach so, ähm, ich kann nicht mehr essen, weil ich dann sofort denke, dann, weiß ich nicht, nehme ich ins Unermessliche zu. Findest du dich denn so, wie du aussiehst, findest du dich so schön? Also im Moment, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Kilo mehr wäre mir schon ganz recht, im Moment ist es nichts, aber ich muss sagen, also, mit dem Niedrigen finde ich mich trotzdem schon schön, also. Mhm, das ist absurd, dass magersüchtige Menschen, ähm, wirklich auch sich so hager und eingefallen, wie sie dann aussehen, schön finden. Ja, schön, also. Und wenn, 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 gesunde, sage ich mal, die nicht, nicht diese Erkrankung haben, sagen, Mensch, das sieht ja schrecklich aus, das, äh, prallt ja an, an euch dann völlig ab, so eine Äußerung, ne? Ja, also, das heißt völlig abprallend nicht, also, man merkt das ja schon, das trifft einen auch, aber es ist, ähm, ja, doch, man findet sich schon schön. Wobei ich auch schon mittlerweile Mädelfrauen, die ich auch immer kennengelernt habe, denen das nicht so ging, also, die sich furchtbar fanden. Also im Moment, äh, finde ich, ist gar nicht so diese Schönheitsfrage das Problem, sondern im Moment ist das Problem, eben, dass du unter Umständen komplett zusammenklappst und, ja, ins Krankenhaus eingeliefert werden musst. Die Gefahr besteht ja, definitiv. Ja, die bestand immer, aber das ist halt eben der Punkt, weil mir war es immer so, ich habe einige Therapien hinter mir, einige Klinikaufhalte, und es war immer so, dass ich halt in den Therapien dann schon beschlossen habe, dass ich halt das, was ich zugenommen habe, wieder abnehme, weil ich mich mit diesem Meer furchtbar fand. Also, bereits im Objektiv her, ich habe mich im Spiegel nicht ertragen können. Wo siehst du denn für dich, wo ziehst du denn für dich die Notbremse? Dass du sagst, ich muss jetzt aufpassen, sonst, ich sage es nochmal so dramatisch, aber so ist es ja auch, sonst sterbe ich. Ja, so ziehe ich sie. Also, ich ziehe sie eigentlich, ja, nicht konkret. Ich versuche jeden Tag, ja, aufs Neue irgendwie weiterzumachen oder wieder mehr zu essen und zuzunehmen. Und es ist halt so, ich habe halt dadurch, dass eben meine Beziehung in den Kopf gegangen ist, da war das ja das Letzte, ja, das Letzte, wofür sich das auch gelohnt hätte. Die Beziehung, ich habe nachgeschrieben, da hast du es ja schon mehrfach erwähnt, das hat dich extrem umgehauen. Ja, ja. Und bevor, wie lange hat die Beziehung gelaufen? Fast drei Jahre. Drei Jahre. Da hattest du das so einigermaßen im Griff? Also, ich bin, wir haben es kennengelernt, da kam ich gerade aus dem Blimik eben raus und da ging es mir, ja, auf jeden Fall um Ecken besser als vorher. Und, ja, viel erlebt jetzt in fast drei Jahren und ganz eine Menge durchgemacht. Und das war immer so mein Halt halt eben. Ich hatte das Gefühl, dass ihr das irgendwie versteht und auch akzeptieren könnt. Das fand ich, meine, das war sicher nicht einfach. Aber das ist dann halt jetzt, ja, wenn sie kommt gegangen ist, das hat mir jetzt den Rest gegeben eben. Das ist eine Fragestellung. Und halt dann eben für mich dann auch klar war, dass sie eigentlich nur deswegen gegangen ist, weil ich, ja, weiß ich nicht, ich bin abstoßend, wie auch immer. Und deshalb ist sie gegangen? Das ist meine Vermutung, ja. Und dann war für mich klar... Hat sie aber nie gesagt? Nein, hat sie nie gesagt. Wie hat sie sich denn über deine Magersucht geäußert? Also ihre Worte waren halt eben, dass sie das nicht mehr, also sie kann sich das nicht anschauen. Für mich kam es halt eben so rüber, dass sie halt eben mich nicht anschauen kann, weil ich... Ja, also, weißt du, Paula, ich glaube schon, dass man als Partner extrem, dass es extrem auf das Nervenkostüm geht, wenn die Partnerin, so wie in deinem Fall, eine solche Krankheit hat. Und dass man das vielleicht auch irgendwann nicht mehr aushält. Ja. Die Krankheit nicht aushält, nicht dich aushält, wie du aussiehst, sondern einfach diesen permanenten Stress nicht aushält. Ich meine, das sollte doch vielleicht für dich Appell, ein ganz großer Appell sein, nochmal, ich meine, du hast schon einiges versucht, aber das heißt ja nichts. Nochmal so richtig, nochmal von unten anzufangen und dein Leben zu verändern, dich in den Griff zu kriegen, weil das wird dir immer wieder in Beziehungen passieren. Welche Frau, du bist lesbisch, das habe ich jetzt auch ausgehört, welche Frau will das auf Dauer mitmachen? Da geht man ja als Partner auch mit kaputt dran. Ja. Und du hast gerade zu mir gesagt, du bist ja nicht so ein finster, depressiver Mensch, der sagt, ach, es ist alles egal und wenn ich tot bin, dann bin ich ja tot. So bist du ja nicht. Nee. So wirkst du auch nicht. So, das heißt, da ist dein Lebenswille da. Verdammt nochmal, mach doch was draus. Du lässt dich im Moment nur gehen. Du lässt dich komplett gehen. Nee. Auch in deiner Traurigkeit, die ich verstehen kann, das ist klar. Aber du machst dich durch dieses sich gehen lassen, machst du alles kaputt. Machst du immer noch mehr kaputt. Ja. Du hast eine Ausbildung, eine tolle Ausbildung angefangen. Als Krankenschwester kannst du nicht zu Ende führen. Wie siehst du denn deine Zukunft? Ja, momentan, ich würde liebend gern im Examen endlich mal, ja, angefangen hat, dich endlich mal zu Ende bringen. Und dann noch bestehen und halt eben doch Arbeit in meinem Beruf. Also ich glaube, Träume sind schon da, dass du irgendwann deinen Beruf ausüben wirst können. Und wenn du diesen Schmerz überwunden hast mit deiner Freundin, mit der Trennung, dass du vielleicht irgendwann eine neue Liebe findest. Ja. Ja. Und das kannst du aber nur auf der Basis machen, dass du gesund bist, dass du das im Griff hast. Und dafür muss man was tun. Ja. Und wenn man so lange so eine Krankheit hat, ist mir völlig klar, dass das sehr, sehr, sehr schwer ist. Ja, das stimmt. Sehr schwer. Aber ich weiß auch, dass es nur geht, wenn man es selbst will. Hm. Niemand anderes kann einen dahin drängen. Sonst wird irgendwann jemand zu dir sagen, okay, dann stirb. Okay, dass deine Entscheidung stirbt. Ja, das will ich ja eben nicht. Hast du denn den Eindruck, dass du in den richtigen Kliniken warst bisher? Nee. Also die früheren Kliniken, das waren ja hauptsächlich so psychosomatisch mit irgendwelchen Angsterkrankungen oder Angststörungen und dann halt eben sehr lange in der Psychiatrie. Die letzte Klinik ist eigentlich eine Fachklinik gewesen, aber mit dem Konzept dort konnte ich nicht so ganz. Ich glaube, das ist auch wirklich die große Kunst und das große Glück, dann eben die richtige Klinik zu finden, wo man adäquat behandelt wird und wo man dann auch dann noch auf die Leute trifft, die man ernst nimmt als Therapeuten. Ich könnte mir vorstellen, dass du viele Therapeuten gar nicht ernst nimmst, wenn die anfangen, mit dir zu arbeiten. Nee, aber auch umgekehrt. Also ich hatte jetzt gerade zuletzt das Gefühl eigentlich immer, da ging es nur um das Thema Essen. Also sobald man irgendwie sagte, ja, weiß ich nicht, mit meinen Dingen 58 Kilo fühle ich mich okay, mit 59 nicht mehr, dann wurde man als lächerlich dahingestellt. Und solche Sachen, die mich dann irgendwie, ja, wenn sie das auftreten soll. Also einfach so, ja, also ich habe sie sicherlich oft nicht wahrgenommen, umgekehrt genauso. Ja. Paula, was ich denke, was ich zu diesem Fall denke, habe ich dir jetzt, glaube ich, sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass du es in der Hand hast und dass du etwas tun musst. Du musst es tun. Nur du kannst es tun. Was ich dir noch anbieten kann, jetzt im Hintergrund von meiner Psychologin, noch eine Beratung in Sachen Kliniken. Das kann ja nicht schaden, dass du von uns noch Informationen bekommst, aus denen du dann vielleicht irgendetwas auswählst. Und da musst du was machen, damit du fit wirst. Okay. Und damit du irgendwann eine tolle Frau findest. Liebe Paula, alles Gute von Herzen. Wirklich von ganzem Herzen. Du legst bitte auf und Elke, meine Psychologin, ruft dich an. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Dennis, 37. Guten Morgen. Hallo, Domi. Hallo, Dennis. Was machst du denn für deine Schönheit? Ja, für meine Schönheit mache ich einiges. Also ich gehe jeden zweiten Tag ins Solarium. Jeden zweiten Tag? Jeden zweiten Tag, ja. Wie lange? Na, 30 Minuten. Jeden zweiten Tag 30 Minuten? Ja. Seit wie vielen Jahren, Ton? Also erst seit einem halben Jahr. Ach so. Es geht ja noch. Ich hatte ja schon Sorge, dass du eine komplett vernarbte Lederhaut hast. Ne, eine Lederhaut nicht, aber ich war vorher schon oft im Solarium und dann wurde halt bei uns angeboten, es gibt so eine Flatrate. Ach so. Wenn es umsonst ist, gehe ich öfters hin. Ja, ich zahle einen festen Monatsbeitrag und könnte eigentlich jeden Tag 30 Minuten jegliche Liegen nutzen. Okay, erzähl mal weiter. Also so oft auf Solarium und weiter? Ja, und dann gehe ich noch dreimal die Woche ins Fitnessstudium. Wie viele Stunden? Ja, so zwei. Also je nachdem, wie kaputt ich von Arbeit bin. Was machst du beruflich? Ich bin auf dem Bau tätig. Ach so, das heißt, du bist schon richtig, also auf dem Bau tätig, heißt du, du wirst im Sommer braun und hast körperlich sehr viel zu arbeiten und die Muskeln werden trainiert. Ja, die Muskeln werden trainiert, auf jeden Fall, aber auf dem Bauarbeiten heißt ja nicht immer gleich, dass man braun wird. Also ich mache so Trockenbau und Fliesen. Ach so. Also ich arbeite mehr im Innenbereich, Sanierungsarbeiten. Ah ja. Und da bin ich von der Sonne eigentlich verschont. Mhm. Ja, und... Und was noch? Ja. Das ist es so. Ne, also meine Haut pflege ich danach auch. Also wenn die vertrocknet ist, dann hole ich mich halt in einer Lotion und creme mich ein und pflege mich halt dementsprechend. Ja. Um die Haut halt wieder in den Schuss zu bringen. Mhm. Und ja, also bei mir ist so ein unterschwelliges Problem, dass ich glaube, dass meine Freundin steht mehr so auf südländische Typen. Mhm. Sie sagt aber immer zu mir, okay, ist in Ordnung, musst du nicht machen und Solarium übertreibst ein bisschen. Ach so. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie irgendwie sich schon erwartet, dass ich halt das, meinen Körper so... Ach so. Du denkst, die steht auf südländische Typen? Also die so ein bisschen eher einen braunen Teint haben. Genau, von Hause aus. Und das willst du dir künstlich ranholen. Ja. Wie ist deine Haarfarbe? Meine Haarfarbe ist dunkelblond. Dunkelblond. Und das soll auch so bleiben oder willst du die schwarz werben? Nee. Nee, das bleibt so. Also so weit geht es ja nicht. Ich will mich ja nicht verfälschen. Mhm. Verstehe. Also ich finde es schon irgendwo... Ich finde es auch immer schön, gebräunt zu sein, aber mich total zu verändern, nee. Mhm. Das muss nicht sein. Aber so mit Lotion und Feuchtigkeitscreme und so, das ist alles auch schon so dein Ding? Ja. Ja. Ich merke auch sehr, wenn ich im Solarium war, die ganze Woche über, also jeden zweiten Tag, dass dann die Haut ist trocken. Mhm. Und gerade da ich auch in Bauarbeitung, viel Staub, viel Dreck. Ist klar. Da habe ich es auch schon immer so gemacht. Meine Hände eigentlich cremen, dass sie mich mit Hornhaut zuwachsen und so. Wie siehst du denn im Moment aus? Wie stark gebräunt bist du schon? Ja, also ich würde schon sagen, schon mehr so indisch. Wie indisch? Ja, also wie ein Inder. Wie ein Inder. Also Dennis, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist zu viel. Du kannst ja mal ab und zu auf Solarium gehen, ist ja ganz gegen einzuwenden, glaube ich, sage ich mal so. Hat mein Hautarzt zumindest zu mir auch gesagt, dass man das ab und zu im Winter mal machen kann. Aber bitte alles in Maßen. Ich meine, du setzt deine Haut da einer enormen Strahlung aus. Dass du behämmerst ja deine Haut mit Strahlen. Wenn du das über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum machst, wirst du auch mit Sicherheit irgendwelche Konsequenzen tragen müssen. Ja, aber es ist auch entspannt. Also wenn ich da liege, die halbe Stunde. Du kannst dich auch aufs Sofa legen. Ist auch entspannt. Ja. Okay, da denke ich aber mehr nach über Alltagssachen. Und wenn ich im Solarium liege, habe ich die Kopfhörer auf, höre Musik, habe die wohlige Wärme auf dem Körper für eine halbe Stunde und bin da komplett nur für mich. Und kann die Gedanken auch weglassen. Verstehe. Dennoch könnte man sich sowas ja auch irgendwie anders suchen, dass man diesen Entspannungsrahmen so findet. Lieber Dennis, ich muss schluss mal, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich habe mich gefreut, dass wir beide noch haben reden können. Dennoch glaube ich, fahr das mal ein bisschen runter mit dem Solarium. Mach es nicht zu lang. Ich glaube, letztendlich ist es nicht gut für dich und deine Haut. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und ja, alles Liebe. Viel Erfolg weiter. Ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war's für heute, meine Lieben, in der Technik. Gundel, Blendien. Morgen sind wir wieder da. Einu Radio ist live.